Musik Schlechter Flieger Flieger Jetzt, jetzt Schmeiß mich über ein Militär ab hier vorne Nicht so weit drin So, das reicht, danke Oh, der muss weggepfeffert werden Da vorne sind auch welche So, kommt alle hier hin Wo ich stehe, hier ist gut Da muss noch einer rein René, hol den ab noch, Luffy Oh, er ist fast tot Warte, ich komme So Der hier noch weg Nur Chaos Wo sind die denn alle? Hier sind kaputte Panzer So ein Mist Ja, bringt nur mit dem Cargobob was So, erstmal weg hier aus der Lücke Wir müssen weg So, wir müssen Den Hangar stürmen Alle zum Hangar, Leute Die jetzt einen haben Drin sind Wunderbar, gleich explodiert Alles zerstören Was ihr seht Gut Gut Zwei sind voran Und der Rest kommt hinterher Was will der denn? Der ist weg Tja, die müssen Tschüss sagen Zu ihrer Familie Ja, wer auch immer In Militär arbeitet Die haben selber Schuld René muss geholfen werden Ihr müsst René reinholen Leute Mit dem Cargobob Da kommt einer Mit dem Cargobob Genau Rein hier Rein hier Oh, ein Feind Ein Feind Ein Fiend Alles draufballern Was ihr habt Hier müssen wir uns verstecken Hier reinkommen Leute Hier reinkommen Wir müssen den Hangar Beschützen Alle hier reinkommen Hier müssen wir Drinnen bleiben Immer beschießen Solange bis die Anderen da sind Ich geh mal ein bisschen Nach hinten Sonst ist es zu gefährlich Fabi So, ich muss mal Die Sicht ändern Oh, nicht so Nah nach vorne Zala Sondern müssen wir Weiter nach vorne So, Fabi Komm mal ein bisschen Weiter nach vorne So, wir müssen Gerade stehen Da kommt was Oh, oh Pass auf Dass wir nicht Andere Leute treffen Alles ab Allein Da kommt was Yeah Yeah Das ist Ein Feuerweg Was für ein Spiel Da kommt was Ne, der gehört zu uns Dann hol dir auch gleich Ein Panzer Wir fahren jetzt genug rum Das schafft man ja Bestimmt noch Da kommt etwas Ja, oder so Kampfjet Da hinten Da kommt etwas Da kommt wieder was Da kommt noch ein Panzer Zu uns Yeah 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 Alles runterballern Genau Alles weghauen Oh, René Komm her Komm her Wir müssen René beschützen Hier zum Hangar Komm Sachbeschädigung Spielverderber Du hast das Persönliche Fahrzeug Eines Eineren Beschädigt Wir nehmen dich Sonst Sonst Was Hat er etwas Schlimmes getan Oder was Ne Oh, ein Panzer Zerstört Oh Ihr müsst vorsichtig Sein Ihr müsst vorsichtig Sein Wo ihr hinschießt Oh, alles Wackelt hier Wir haben keine Chance So, wir müssen Weiter aus dem Hangar raus Ein bisschen So, hier vorne Weiter hinten Genau Bis wir noch alles erwischen Da von links kommen sie Ah, jetzt wird der gleich erwischt Weil der da hinfährt Komm zurück, lieber Das kommt davon Da kommt etwas Ich komme aus der Luft Okay Leute, wenn ich Spielverderber bin Dann, ähm Halleluja Vorsichtig Ja, wir sind nicht Vorsichtig Wo ist denn René? Komm mal hierher Ihr mit einem Panzerfahrzeug Da hinten Ja, mit dem Könnt ihr auch Nehmen Mit einem Geschütz drauf Wenn ihr Kein Panzer habt Mann, hier ist Aber was los Lester, vielen Dank Für deine Hilfe Warum Wofür Kriminell Okay Und das ist alles Deine Schuld Okay Kann ich nichts Gegen tun Ich glaube Ich glaube Ich kriege Ich kriege Jetzt voll Die Probleme Wer ist Da mit einem Panzer Gehört Der zu uns Hol dir den raus Hol dir den Hol dir den Hol dir den Panzer Schnell Holt Holt euch den Panzer Nein Friedrich Nicht hierhin Schießen Ah Scheiße Scheiße Jetzt müssen wir Den zerstören Drei Stück Haben bis jetzt Überlebt Tja Die kommen nicht Gegen so eine Armee An So ein Militär Die sind dafür zu stark Einfach nur angeben Und Zeigen Dass man Äh Was schönes anhat Wie Militärsachen Und dass man sich rasieren tut Auf dem Kopf Dass man für einen dient Dass man die Hand hoch hält Nicht hier schießen Sonst sterben wir René kommt Wunderbar Unterstützung kommt So wunderbar Und die wollen nur Dass man für den Start dient Aber wenn die sterben Ach egal Sind ja nur Menschen Wir haben ja noch genug Menschen Wie kann man so naiv sein Ich weiß es nicht Ich erwisch dich da gleich Da oben Oh Entschuldigung Da kommt ein Panzer Ja wunderbar Zerschratt Zerschrattet Warum soll man für den Start dienen Wenn man stirbt Im Krieg Ich verstehe das nicht Das muss man Ja für den Start Ja Wir lieben den Start Ja Darum würde ich ja dafür sterben Was kann ich Habe ich dann davon Ich will ja weiter existieren Ich will ja mein Leben leben Was Ich Ich sammle etwas Ich spiele Spiele Ich gehe mit jemandem essen Ich habe meine Freunde Oder habe ich keine Freunde Man braucht keine Freunde Darum hilfe ich dem Start Ich weiß nicht So wirklich Ne Bakura Ja natürlich Ich will nur das Beste Nur das Beste für mich Das Beste natürlich Ich erfülle mir alle Träume Natürlich Ja du in deiner Welt kannst du dir alle Träume erfüllen Da wird ja nichts kaputt gemacht Du hast ja deinen Spaß dabei Im realen Leben Im realen Leben Ist das doch so so scheiße Früher war das mal so Da musste man zur Äh Wie nennt man das Bundeswehr Militär Ähm Zum Bund gehen Ja wenn man 18 ist Da muss man gemustert werden Aber heute ist das nicht mehr Dann muss man da hingehen Am Tag kommen zwei Folgen raus Einmal geht ihr auf der PS3 Und einmal geht ihr auf der PS4 Und am Freitag das News Video Was wir am Wochenende machen Ansonsten wenn ihr noch mehr sehen wollt Stüppert ein bisschen die Playliste durch Und danke fürs Einklicken Ciao Ciao